Ganz kurz die eine noch zu Jan, der hat ja so eine ähnliche Spielanlage wie du früher, nimmst du sie immerhin unter deine Fittiche, auch aktiv, also unter deine Fittiche in Anführungszeichen. Ich meine, ihr seid auch alterstechnisch nicht weit auseinander, aber erfahrungstechnisch natürlich. Horizonte. Ja, ich glaube, die haben sich unglaublich weit gesagt besser lassen. Ich glaube, wenn man mal ein gewisses Alter hat und in meinen Jahren kann man ja nicht mehr abwarten, wenn es ja mittlerweile 25, 25 oder 26, ich meine, da hat man schon seinen eigenen Weg. Und da ist es nicht so, dass wir da uns austauschen. Ja, klar, wenn einem im neuen Spielfeld was auffällt, dann weiß ich ihm das und was er besser machen kann. Oder wenn er was sieht, dann können wir auch zu mir und lassen sich das weg. Ich glaube, wir sind ja alle offen, wir müssen alle das nehmen und geben. Und in meinen Jahren ist es auch super bestanden. Da hat sich, glaube ich, auch menschlich weit in den letzten Jahren so spielerisch zu leben. Auch menschlich. Ja, ich freue mich.